In dem Horror-Game Fierce to Fathom Iron Bark Lookout werden wir von einer gefährlichen Sekte heimgesucht. Immer wieder verschwinden Menschen in den Wäldern des Iron Bark National Park, in welchen wir unseren neuen Job als Parkranger antreten und seitdem immer wieder merkwürdige Dinge vor sich gehen. Selbst unsere eigenen Kollegen scheinen vor der Wahrheit viel zu sehr Angst zu haben oder stecken vielleicht sogar selbst hinter diesen Vorfällen. Das finden wir jetzt aber gemeinsam in dem hier unten verlängten Video heraus.